Hallo, liebe Zuschauer. Wenn man kurz vor einer schlimmen Diagnose steht oder sie gar schon hat, dann sucht man meistens nach allem, was Hilfe verspricht. Aber ich habe gedacht, na, also ich lasse das nicht so an mir vorbeigehen. Ich will auch kämpfen und schauen, was kann man noch machen. Es kann nicht sein, dass ich jetzt von heute auf morgen oder innerhalb von einem halben Jahr sterbe. Im März 2015 geben Ärzte ihr nur noch drei Monate. Ihr Hodgkin-Lymphom ist zurück. Das bewirkt wirklich, also ich... Den Sensenmann, den habe ich zwei-, dreimal erlebt. Also für mich war die Diagnose Niederschmettern. Allein schon die Sorge in der Wartezeit zwischen einer Probeentnahme aus einem suspekten Tumor und der Übermittlung der Histologie veranlasst Menschen, sich im Internet zu informieren. Die ersten Treffer befassen sich nicht selten mit alternativen Heilmethoden. Evidenzbasiertes medizinisches Wissen ist häufig schwer zu finden. Die Angst vor der Diagnose und zugleich die Angst vorm Versagen der bevorstehenden Therapie helfen nicht, einen kühlen Kopf zu bewahren und eine pragmatische und systematische Recherche durchzuführen. Die medizinische Fachliteratur ist für Laien unverständlich, trocken und verwirrend. Es ist kein Wunder, dass leicht verdauliche, schön illustrierte Webseiten, die scheinbar alles ganz genau erklären, mehr Zuspruch erhalten. Ob die Inhalte stimmen? Meistens nicht. Unser neuestes Beispiel, die Privatklinik im Leben, in Kreuz, im Vogtland. Integrative, naturgemäße Medizin mit evidenzbasiertem Therapiekonzept. Über Google übrigens so beworben. Biologische Krebstherapie. Europas führende Klinik. Wenn das nicht vielversprechend klingt. Und gleich auf der Startseite findet sich das. Integrative, biologische, alternative Krebstherapie. Nun ist die Hirneiser-Saga zwar zu Ende gekommen und wir dachten, dass wir in diesen sieben Videos den meisten alternativen Krebsquatsch schon besprochen haben, aber Europas führende Klinik interessiert uns nun doch. Wir haben diese Klinik nicht selbst gefunden. Die wurde uns von einem unserer Patienten wärmstens empfohlen. Lasst uns also angucken, was sie genau anbieten. Gleich als erstes wird ein deutschlandweiter Fahrerservice angeboten. Sie holen jeden ab. Hauptsache man kommt. Aktuell wird selbstverständlich eine Therapie für Lung-Covid empfohlen. Mit Prokain. Einem örtlichen Betäubungsmittel. Ich muss dazu gar nichts weiter anhören. Ich kann jetzt schon sagen, dass das gigantischer Schwachsinn ist. Aber wir wollen uns heute mit der Krebstherapie beschäftigen. Die Verbesserung der Lebensqualität und die Reduzierung von Nebenwirkungen sowie die Stärkung von Abwehrkräften, natürliche Immuntherapie, stehen im Fokus der Krebstherapie. Das klingt schon mal ganz gut. Verbesserung der Lebensqualität und Nebenwirkungsreduktion sind gute Ziele. Folgen der Standardtherapie abbuffern und auf ein verträgliches Maß minimieren. Volle Zustimmung. Sowas spricht auch sicherlich alle an, die die Folgen einer Chemotherapie oder Bestrahlung fürchten. Aber beim Begriff der natürliche Immuntherapie zucken wir echten Mediziner kurz zusammen. Abwehrkräfte gegen Krebsgewebe anzukurbeln. Immunsystem, Stoffwechsel und Nervensystem werden ausbalanciert und tragen so zu einer erfüllbaren Gesamtstabilität des Gesundheitszustandes bei. Was ist genau mit diesen Sätzen gemeint? Solche schwer fassbaren Formulierungen erwecken in uns kein Vertrauen. Das klingt ein bisschen nach, sei mal ehrlich, nach Bullshit. Darf ich das so ehrlich sagen? Schauen wir uns doch zunächst einmal den Kurzfilm zum Angebot an und lassen das Ganze auf uns wirken. Die moderate Hypothermie ist eine gut verträgliche Ganzkörperüberwärmungstherapie, bei der Infrarot-A-Strahlen die Körpertemperatur sanft auf 38,5 bis maximal 40 Grad erhöhen. Durch die Überwärmung des Körpers kommt es zur Anregung und Stimulierung des Immunsystems sowie zur Beschleunigung von Stoffwechsel- und Ausscheidungsvorgängen. Am Ende erreicht man genau den gleichen Effekt in einer herkömmlichen finnischen Sauna, aber dort wird zum Glück nicht behauptet, dass das Krebsbehandeln gar heilen würde. Bitte sagt mir, dass das dort nicht behauptet wird. Na gut, aber gegen ein bisschen Wellness kann man doch nichts haben. Die nächste Therapiemethode ist dagegen viel aufregender. Die Onkothermie ist eine spezielle Form der lokalen Hypothermie. Durch elektromagnetische Felder werden die entsprechenden Körperregionen bis 44 Grad erwärmt. Tumorzellen sterben bei einer Temperatur von 40 Grad ab. Gesunde Zellen können durch ihren Regulationsmechanismus diese Temperatur ausgleichen. Wenn das so einfach wäre, wenn jemand so über Tumorzellen redet und allgemeine Aussagen über Tumorzellen trifft, weiß man schon Bescheid, dass die Aussagen nicht stimmen können. Tumorzellen sind so vielfältig und so unterschiedlich, dass man sie nie so verallgemeinert abhandeln kann. Nein, Tumorzellen sterben nicht bei einer Temperatur von 40 Grad Celsius ab. Es gibt vielleicht welche, die wärmeempfindlicher sind, aber das betrifft nicht alle allgemein. Und die, die wärmeempfindlich sind, werden auch nicht einfach alle direkt durch die Wärme absterben, sondern teilweise durch das Immunsystem besser angegriffen und entfernt, als das ohne die Wärmetherapie passieren würde. Wenn euch solche Worte wie Hitzeschockproteine nicht abschrecken, findet ihr ein paar interessante Links in der Beschreibung. Es gibt evidenzbasierte Anwendungsmöglichkeiten für Wärme, die man auch als Hyperthermie kennt. Sogar das Gerät, mit dem man sowas machen kann, ähnelt dem, was wir hier im Video gesehen haben. Forscht man nach, wird schnell klar, dass nur wenige Zentren eine Hyperthermie-Behandlung anbieten. Aber warum eigentlich? Hyperthermie wirkt wirklich. Es gibt zahlreiche Studien, die gezeigt haben, dass man mit Wärme Tumorzellen gezielt schädigen kann. Wie wir in diesem Video sehen, man bräuchte dazu nur ein ganz einfaches Gerät. Warum wird also diese Therapie nicht in allen Zentren angeboten? Um das zu verstehen, sollte man sich angucken, wie so eine Therapie in einem echten Krankenhaus gemacht wird. Während der Behandlung beträubt der Arzt den Zielbereich und führt kleine Sonden mit winzigen Thermometern in den Tumor ein. Thermometer helfen dem Arzt, die Temperatur des Tumors und des nahegelegenen Gewebes während der Behandlung genau zu beobachten. Bildgebungstechniken wie CT-Scans können verwendet werden, um sicherzustellen, dass sich die Sonden an der richtigen Stelle befinden. Und genau das ist der Punkt. Diese Therapie ist sehr aufwendig, schwer, braucht hohe Expertise und sehr teure Gerätschaften. Und es gibt noch dazu gewisse Risiken. Man muss die Wärme sehr genau und unter ständiger Kontrolle durch direkte Messungen dosieren. Unterschiedliche Gewebearten nehmen die Wärmeenergie anders auf. Um punktuelle Überwärmungen und dadurch Organschäden zu vermeiden, müssen exakte Messungen durchgeführt werden. Das geht nicht ohne Messsonden. Das Gerät, was uns in diesem Video gezeigt wird, benutzt keine in den Tumor geschobenen Messelektroden. Die erreichten Temperaturen werden lediglich durch mathematische Formeln berechnet. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, kalkulierte Temperatur. Das ist schön, aber wenn man irgendwas in einem Menschen auf 44 Grad erwärmen möchte, sollte man die Werte genau messen, nicht errechnen und damit lediglich abschätzen. Auch wenn die Maschine behauptet, dass die Information gut wäre, es ist unseriös. Man weiß bei diesem Gerät nicht, welche Temperaturen wirklich erreicht werden und vor allem weiß man nicht, wo genau in Relation zur Tumormasse. Das Thema ist aber eigentlich sehr spannend und wir möchten euch daher ein bisschen mehr über Hyperthermie erzählen. Parmenides sagte schon 500 Jahre vor Christus, gebt mir die Macht, Fieber zu erzeugen und ich heile alle Krankheiten. Wer hätte gedacht, dass 2500 Jahre später immer noch mit dieser falschen Idee Kasse gemacht wird? Naja, was schließlich schon in der Antike gut war, ist es heute auch recht. Wir vergessen manchmal, dass wir uns wieder zurückentwickeln sollten, alle unsere Erkenntnisse über Bord werfen und wieder zurück in die Vergangenheit. Da war alles besser, natürlicher. Wenn wir wieder auf Händen und Füßen gehen würden, hätten wir vermutlich auch weniger Rückenschmerzen. Use your back as it was intended. Walk around on your hands and feet. Glücklicherweise wird Hyperthermie sogar in einer S3-Leitlinie zur Komplementärmedizin in der Behandlung onkologischer Patienten thematisiert. Zuletzt aktualisiert im September 2021. Gleich zu Beginn wird in den Besonderheiten dieser Leitlinie darauf hingewiesen, dass es in diesem Gebiet zu wenig Forschung gibt. Die klinische Wirksamkeit lässt sich aufgrund einer mangelnden Studienlage oft nicht eindeutig einschätzen. Und auch wird darauf hingewiesen, dass sich unter zusammenfassenden Begriffen oft zum Teil sehr unterschiedliche Verfahren verstecken. Das Kapitel 6.3 widmet sich der Hyperthermie, Elektro- und Ganzkörperhyperthermie. Und hier steht. Es liegen Daten aus zwei randomisierten kontrollierten Studien und zwei Kohortenstudien zur Wirksamkeit und Toxizität von Elektro- und Ganzkörperhyperthermie bei onkologischen Patienten vor. Elektro- und Ganzkörperhyperthermie sollten nicht außerhalb von Studien bei diesen Patienten zur Senkung der Mortalität oder der krankheitsassoziierten oder therapieassoziierten Mobilität durchgeführt werden. Interessant. Und weiter heißt es. Seit über 100 Jahren versuchen Ärzte, Krebspatienten durch Überwärmen des Tumorgewebes zu behandeln. Diese Hyperthermie hat in der Regel nicht die Funktion, die Krebszellen abzutöten, sondern den Tumor gegenüber einer Chemo- und Strahlentherapie empfindlicher zu machen. Voraussetzung ist eine Erwärmung entweder lokal oder generalisiert auf wenigstens 40, 43 Grad. Einige Patienten benötigen während dieser Therapie eine Schmerzbehandlung. Die erste Version mit der Wärmedecke auf 38, maximal 40 Grad wird wohl nicht viel bringen. Auch schlechte Nachricht für Saunaliebhaber. Aber Sauna ist trotzdem schön. Man geht dort einfach nicht hin, weil man Krebs behandeln möchte, oder? Bitte sagt mir, dass ihr nicht deswegen dorthin geht. Die Leitlinie, und ich möchte nochmal betonen, dass es eine komplementärmedizinische Leitlinie ist, weist auch auf den wichtigen Kritikpunkt hin, den ich auch schon geäußert habe. Im Gegensatz zu den in der wissenschaftlichen Medizin angewandten Verfahren liegen keine Temperaturmessungen im menschlichen Körper aus Studien vor. Für nachweisbare onkologische Effekte einer Hyperthermie ist aber das Erreichen einer Temperatur von 42 Grad im Zielgewebe in Kombination mit einer Radio- oder Chemotherapie erforderlich. Im Gegensatz zur konventionellen Medizin wird diese Temperatur in der komplementären Anwendung nicht erreicht. So wie im Video gezeigt, wird es also nichts. Aber wie gesagt, Hyperthermie ist keine komplett falsche Idee. Es muss aber richtig gemacht werden, vor allem in Kombination mit anderen Krebstherapien. Das, was man hier sieht, ist lediglich überteuerte Wellness und hat nichts mit evidenzbasierter Medizin zu tun. Hyperthermie allein kann auch in den besten Zentren der Welt keinen Krebs heilen. Im optimalen Fall könnte man die Dosis der Strahlen- und Chemotherapie verringern, wenn man diese Behandlung mit Hyperthermie kombiniert. Und dadurch könnte man theoretisch den Therapier vor Gehören und Nebenwirkungen reduzieren. Die Ganzkörperhyperthermie kann passiv durch Geräte von außen, beispielsweise durch Infrarotstrahlen, wie am Beispiel der Klinik im Leben, oder durch Wasserbad erreicht werden und natürlich auch durch extrakorporale Bluterwärmung. Aber das wird meist nicht in Komplement der medizinischen Einrichtungen praktiziert. Dazu müsste man das Blut aus dem Menschen rausnehmen, mit dem Gerät erwerben und dann wieder reingeben, viel zu kompliziert. Regionale Hyperthermie-Verfahren der Komplementärmedizin nutzen elektrische Felder, kapazitive Kupplung, Elektrohyperthermie, die angeblich eine selektive Erwärmung in den Tumorzellen bzw. im Tumorgewebe erreichen. Bei der aktiven Hyperthermie oder auch Fieberinduktion wird tatsächlich durch bakterielle oder chemische Produkte eine Immunreaktion herbeigeführt. Das findet man kaum noch. Pyrifera war beispielsweise in den 1930er Jahren ein solcher experimenteller Stoff aus inaktivierten Kolibakterien. Schien offenbar vor allem in der Neurologie und Psychiatrie eine Rolle gespielt haben. Sowas kann man sich natürlich heutzutage gar nicht vorstellen. Schwere Komplikationen und Klagen wären vorprogrammiert. Das würde so eine Klinik auf keinen Fall riskieren. Mutig sind unsere geliebten Alternativheiler meistens nur bei der Preisgestaltung. Aber solange Menschen bereit sind, für Zuckerkügelchen und Handauflegen richtig viel Geld zu bezahlen, wären sie dumm, solche riskanten Therapien anzubieten. Und denkt für keine Sekunde, dass es hier darum geht, dass sie wirklich etwas heilen wollen. Es geht nur um eins. Die Leitlinie erfasst erlediglich vier Studien zum Thema Hyperthermie-Verfahren in der Onkologie ein. Mit ernüchterndem Ergebnis. Alle methodisch mangelhaft. Allein die Studienteilnehmer zahlen entsprechend Bände. Unterschiedliche einzelne Krebsarten wurden untersucht. Und auch die fast immer in diesem Bereich gemessenen subjektiven Befindlichkeitsveränderungen, seien es nun standardisierte Fragebögen oder nicht, es handelt sich trotzdem immer um die subjektive Einschätzung des Befindens des Betroffenen. Messbare Ergebnisse finden sich so gut wie nicht. Folglich sollten Hyperthermie-Verfahren bisher lediglich einen Stellenwert im Rahmen von Studien haben. Durch die genannten Mechanismen könnte bei einheitlicher Anwendung vielleicht wirklich die Hyperthermie eines Tages Einzug als Add-on-Therapie als vierte Säule in der Krebstherapie erhalten. Aber dafür bedarf es noch des wissenschaftlichen Beweises und einer einheitlichen Vorgehensweise. Der gemeinsame Bundesausschuss schloss die Hyperthermie 2005 aus dem Leistungskatalog der Krankenkassenleistungen aus. Dr. Rainer Hess wurde damals so zitiert. Die Vielzahl der zurzeit auf dem Markt befindlichen technischen Varianten der Hyperthermie ist Ausdruck dafür, dass sich diese Technologie noch im Stadium der Forschung und der Entwicklung befindet. Hierfür spricht auch, dass bisher in den einschlägigen Fachdisziplinen, die an der Behandlung der berücksichtigten Tumorerkrankungen beteiligt sind, noch kein medizinisch-wissenschaftlicher Konsens hinsichtlich der Bewertung der Therapieergebnisse und der notwendigen Standardisierung, zum Beispiel Temperatur, Einwirkdauer, Thermometrie oder begleitende Therapieprotokolle erreicht werden konnte. Und dann gibt es auch insgesamt Gegenstimmen. Krebszellen wären resistent gegenüber Hyperthermie. Und um den Bogen zum nächsten Angebot der Klinik im Leben zu schließen, dieses Review zeigte ebenso, dass es weder für Ganzkörper-Hyperthermie noch für Elektro-Hyperthermie-Evidenz für Lebensqualitätsverbesserung oder gar Überlebenschancen von Krebspatienten gibt. Im Kenntnis der Faktenlage tut ein Blick auf das medizinische Konzept der Klinik richtig weh. Evidenzbasierter Medizin? Von wegen. Lasst uns aber das Video weitergucken. Die Elektro-Cancer-Therapie ist ein Verfahren der elektrochemischen Tumortherapie, wo mittels Gleichstrom Elektroden um den Tumor herum angelegt werden. Es wird also auch mit Gleichstrom behandelt. Bei Strom ist es so, dass der sich immer den kürzesten Weg mit dem geringsten Widerstand sucht und Tumorzellen haben einen bis zu zehnfachen geringeren Widerstand als gesundes Gewebe. Tumorzellen sollten einen geringeren Widerstand haben als gesundes Gewebe. Der Widerstand eines Gewebes hängt meiner Meinung nach maßgeblich vom Wassergehalt ab. Es gibt viele Tumore, die besonders dicht und fest sind. Andere sogenannte gut differenzierte Tumore unterscheiden sich kaum vom gesunden Gewebe. Es soll also im Tumor Salzsäure entstehen. Wir kommen noch gleich darauf zurück, aber ich möchte jetzt dieses Video zu Ende gucken. Die homöopathische Heilkunst stellt einen wesentlichen Bestandteil unseres ganzheitlichen Konzeptes dar. Homöopathie also. Wie war das nochmal mit erwidernsbasierter Medizin? Eine psychoenergetische Therapie ist eine Form der Quantenmedizin in Kombination mit Kinesiologie, Neurosprache und neurolinguistischen Programmieren. Interdisziplinäre Integration von wissenschaftlicher Belegbarkeit. Klinische Forschung. Das dient dazu, den Patienten in seinen Handlungsmodalitäten in Richtung Gesundheit zu programmieren. Auf Basis des Casus-Testes und anderer Biofeedback-Verfahren sind bereits im Unterbewusstsein und Bewusstsein verschiedene Stressthemen erörtert worden. Und so ist es mit dieser Therapie möglich, im Unterbewusstsein, aber auch im Bewusstsein, diese Stressthemen, Emotionen, Grundbedürfnisse anzuschauen. Was war denn das? War das der Handgriff für Krebsheilung? Grundbedürfnisse anzuschauen. Geistig energetisches Heilen bedeutet die Arbeit mit Energien und Blockaden im Körper aufzuspüren und diese zu heilen. Geistig energetisches Heilen. Geistiges Heilen bedeutet, dass ich diese Energieblockaden aufsuche und heile. Dazu benutze ich die Therapie Reiki. Reiki ist ein Auflegen der Hände und eine Energieübertragung. Diese Energien suchen diese Blockaden auf und lösen sie. Und Reiki gibt es auch noch. Ich buche mir gleich einen Termin. Ich glaube nicht, dass ihr mehr von diesem Video ertragt. Jetzt muss ich euch aber doch nochmal dieses Bild zeigen. Tut es euch auch so sehr weh? Schlimm, oder? Wir hören jetzt erstmal auf und machen im nächsten Video mit der Electro-Cancer-Therapie weiter. Ich brauche zu dem Thema unbedingt Verstärkung und ich weiß schon, wen ich am besten fragen sollte. Wir sehen uns also bald wieder.